wir bei rum den reservebestand nein nicht dass wir zu viel wegnehmen das wäre halt immer dumm kaffee ist einfach voll ja guck mal hier sinkt langsam wir haben vorhin noch bei 1090 das sinkt langsam alles das ist noch ja zucker sollten wir auch mal nicht so viel verkaufen können wir mal ein bisschen was verkaufen genau mescal haben wir auch schon reservebestand und fußbälle wollte ich noch so und dann würde ich einfach folgendes machen auf diese route packen wir den mescal mit drauf erst mal so und dann nehmen wir ihn nämlich von dieser route einfach weg hat er das gerade drauf ja er bringt das sogar wieder mit ist okay annehmen gerade wenn wir ihn zum schiff springen wussten das schiff gerade scheiße unterwegs da ist es erst halbe strecke okay müssen gucken obwohl wir haben es ja gar nicht neu belegt ist eigentlich egal wir haben auch viel zu viele von hier dann produziert hatten wir noch eins von denen die werden noch zwei oder zwei mescal ausschrank mal hier habe ich zwei nachher logisch klar ja ja stimmt dann lass mal das hier wegnehmen brauchen wir auch die zitrusfrüchte nicht mehr die kräuter nicht mehr und was ist das noch zucker ne warte mal zucker 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 schicken wir auch weg wir produzieren zu viel 20 produzieren haben wir fünf mal ja er kann einer weg stoppt das war keine zitrusfrüchte shit das war zimt das wollte ich nicht wegräumen zimt sollte nicht weg weil das brauchen wir noch aktuell nicht so viel weil kaugummi noch nicht so gefragt ist aber das kommt noch ein bisschen außer mode alles das kommt man was ist denn das hallo kannst du auch für die bäume zu löschen spiel so hast erst mal keine felder keine arbeit haben wir davon nicht genug jetzt mittlerweile schon ja passt genau okay dann kann die nämlich auch noch weg okay guck mal auch hier wieder ordentlich wird eingespart so und das heißt jetzt können wir super easy mescal überprüfen indem wir einfach die sinse vergleichen und kapitalon vergleichen weil woanders bringen wir es nicht hin fertig voll geil voll geil voll geil voll geil so wir haben kein mais mehr warum haben wir kein mais mehr das lager ist voll bist du scheiße ich habe das gefühl du bist einfach dumm da kannst du nichts für aber trotzdem bist du einfach dumm es tut mir leid für dich rein warum ist ja so warum okay so jetzt ist die frage wie machen wir beide ich habe das gefühl diese ganze insel könnten wir uns einsparen weil wir den zucker ja auch auf der haupt insel machen können das heißt wir würden einfach auch die andere insel hier oben mehr zucker brauche drauf packen sagen bringen das nach oben und machen zucker auf der haupt insel allgemein auch weil wir hier ja schon einen haben irgendwo nein ach doch weil wir zusätzlich zucker herstellen was natürlich bei mehr schokoladenfabriken zu mehr zucker für parallel bonus zucker genau das heißt auch diese route könnten wir uns sparen was wir hier natürlich haben ist kaugummi könnten wir machen zum beispiel hier unten mit wenn wir hier kautschuk machen oder haben wir sonst noch irgendwo was warte mal was haben wir noch für roten sonst neue weltkappt ne die laufen alle von manola auf manola will ich es nicht machen weil es macht attraktivität runter übrigens fährt der hier gar nicht nach mit gar das ist falsch so fährt der wir könnten auch den hier das mit drauf ballern theoretisch habe ich nur eine küche ne 2 jo stimmt und die brauchen kakao wofür brauche ich noch mal den fischtran hierfür nein hierfür ich hole irgendwie fischtran hierher warum ich brauche den ich nutze den habe ich für die industriellen ölpressen benutzt ich benutze gar nicht mehr und wo habe ich den hergebracht hier ist attraktiver geworden pass auf dann können wir erstmal dann können wir erstmal hier das wegnehmen bier aufpacken mit zusätzlich das halte ich für eine gute lösung das der tabak ist voll ist alles voll ist auf aluminium ist alles voll okay warte aber damit du gleich sauber fahren kannst schmeißt du den scheiß mal über bord so wo ist denn mein schiff ihr habt das schiff zerstört ich vergesse uns gleich wieder die scheiß mission wir befinden uns in bester gesellschaft veredlerin ähm ich mache gleich mal eben zwei investoren häuser oder irgendwie sowas damit ich den einfluss bekomme ohne die insel zu besiedeln sind unterwegs dass wir hier mal eben irgendwie gucken irgendwie so machen warte mal auf ihren roten gibt es ein problem was denn jetzt schon wieder hier kann öl nicht mehr land ich glaube dass das öl lager ist nicht voll es ist nicht groß genug da so und jetzt nehmen wir das hier new haven wie hast du das geschrieben du bekommst deinen anteil so so und die kann mal dahin fahren bereit für den einsatz so dann bringst du mal alu profile runter und stahl holz nicht so wie weit ist denn hier eigentlich die entwicklung der nächsten person was fertig ah das ist die kaffee rösterei shit aktuell nach meinem jetzigen stand wird geiler gewesen egal bei zucker rafinerie und rumbrennerei das ist natürlich viel was die booste und mescal ausschenkt 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 konnte nicht mal eine medusa von einem centauren oder einer perücke unterscheiden ah mist wenn man die andere hätten wir rechtzeitig reagiert haben die andere vorziehen können jetzt macht es keinen sinn mehr egal domi moin so das heißt als nächstes switchen wir die ja wir könnten zucker um switchen weil wir hier den zucker dann boosten oder boosten können aber werden die handelskammer nochmal umsetzen müssen irgendwie finde ich so passt es nicht so finde ich ganz gut hmmm 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 Warte mal. Kriegen wir hier noch einer hin? Machen wir so. Sieht nicht so schön aus. Ja, man hat so viele davon. Das ist super nervig. Wir müssen da echt die Produktionsrate mal erhöhen. Mit Zeit. Weil da haben wir so viele von. Das ist sau nervig. Strom haben die noch alle. Na ja. So, guck mal. Dann haben wir hier wieder ein bisschen freie Fläche gewonnen. Können wir da irgendwas mit anstellen? Bei mir läuft das immer gut. Und selbst. Ich kann mich nicht beklagen. Oh, der hat 340 Produktion. Boah. Holy shit. Kommst du mit einer beschissenen Tabak. Also Zigarrenmanufaktur kommst du ja ewig hin. Oh, ich weiß nicht, ob ich genug Tabak produziere. Ich habe, glaube ich, Tabak nicht neu gemacht. Und wo holen wir das? Äh, von hier, glaube ich. Nein. Da. Nee. Definitiv nicht. Und hier holen wir das. Nee, passt. Läuft. Nice. Okay. So, ich habe mein Schiff nach unten geschickt. Aber das dauert noch ein bisschen, bis das ankommt. So, hier ist volles Lager. Ist okay. Er bringt Milch wieder mit. Ja, okay. Lassen wir erstmal so. Warte mal. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Habe ich nicht eine Route gemacht, die... Lol. Okay. Sie ist einfach in der falschen Gruppe. Ich dachte gerade, hey, habe ich nicht eine Route gemacht, die Kautschuk fährt? Ja, habe ich. Aber sie war nicht in der richtigen Gruppe. Da habe ich sie auch nicht gefunden. Das ist natürlich klar. So. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie viele Schiffe haben wir fahren auf dieser Route? Eins. Ah, du kannst den mal bitte über Bord schmeißen. Zweimal Zucker, zweimal Schokolade, zweimal... Einmal Kaugummi. Was brauche ich noch mal für Kaugummi? Mache ich hier noch mal. Kautschuk. Le Zucker. Und Zimt. Was wäre also am smartesten? Haben wir hier Kautschuk? Ja. Wir hätten hier Kautschukproduktion, also könnten wir hier machen. Hier haben wir aber schon so viel und die... So, die Insel ist noch groß genug. Aber... Wir haben irgendwie... Hier schon so viel drauf. Warte mal. glaube ich wird es hier mit drauf bauen bis zum nächsten Mal